Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Es geht weiter, wir sind hier unten in Bewell, irgendwo im Tempel. Wir haben Gippel gesehen und im Grunde suchen wir gerade Gippel. Gippel, 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 was hast du nur hier unten vor? Ging es hier nicht mal, wenn ich hier hüpfe, irgendwie da hinten weiter oder bloße Einbildung? Anscheinend Einbildung. Ah, da war es. Yeah, sehr stylisch, Juna, sehr stylisch. Warte mal, Leute, ich muss mal kurz das Kabel richten. So, irgendwie kann ich mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern an dieses Gebiet. Sieht jetzt irgendwie gerade so fremdartig aus, aber ich weiß, dass wir da das letzte Mal waren. Ach ja, Pain wird vielleicht gern geheilt werden, da war ja was. Ja, mal gucken. Wenn es ein brav ist, heilt es vielleicht im Laufe des Partes mal. Solange es nur ein Gegner ist, geht das so schnell, da lohnt sich das Heilen ja nicht mal. So, könnte man da irgendwas tolles machen oder nur blöd gucken? Okay, jetzt erinnere ich mich wieder an dieses kreisförmige. Da waren wir, das stimmt. Was war hier nochmal? Ein Gegner, toll. Okay, Chancenpräventivschlag, das sollten wir nutzen, indem wir jetzt wirklich sie mal heilen. Ich werde meine Megaforchen rauskramen. Ich hoffe, Pain hält so lange durch. Und ich hoffe, die Gegner auch. So, da kommt sie schon. Und so schlossend sieht es wieder viel besser aus. Mensch, sind die einfach. Bombersäle bekommen, okay. Schön. Ich weiß jetzt nur nicht mehr so 100%, wie es hier weiter ging. Ich muss doch das komische Rätsel mit den Säulen und so nicht mehr machen, oder? Ich gucke mir das nochmal an. Oh. Hä? Jetzt leuchten sie rot, ja. Oh, ich habe alles vergessen, ne? Ich gehe mal nochmal hin. Vielleicht so teleportationsmäßig führt mich das dann woanders hin oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ich will doch nur mit Gipfel reden. Naja, was tut man nicht alles für die 100%? So, da jetzt nochmal hin, aber das ist bestimmt so teleportmäßig. Ne, keine Ahnung, was das war. Vielleicht muss alles wieder rot leuchten und dann passiert wieder was. Im letzten Part hatten wir das noch durchgelesen, ne? Hätte ich mal besser aufgepasst. Na gut. Ach, das sind ja zwei Bomber. Eben sah das noch aus wie einer. Wir waren da irgendwie auf einem gleichen Flecke. Aber egal, sterben trotzdem schnell. Okay, ja. Ich mache mal alle rot hier. Toll. Mitnehmen der Sequenz. Oh ne, nicht so ein Riesengegner. Mal gucken, was die nochmal so können. Der Fisch, den kennen wir natürlich noch. Aber naja, das zählt ja nicht mal als Boss und ich glaube, der krümmt sich schon. Unfassbar. Alter, da ist die Sterbsequenz ja länger wie der Kampf an sich. Na ja. Wie sie meinen. Wasserring. Ach, jetzt passiert was Tolles. Okay. Beziehungsweise es passiert irgendwas. Okay, ich kann da unten rein. Ich frage mich gerade, ja, da gibt es noch mehr Gänge, ne? Da unten. Ich habe jetzt mindestens zwei gesehen. Meine ich. Oh, ist das ein Murks. Aber gut. Zumindest zu dem einen. Ne, solange das so steht, können wir da bestimmt nichts machen. So toll springen. Obwohl, ich weiß nicht. Ach komm, wir versuchen mal an das hintere zu gehen. Wenn ich nicht so blöd hängen würde. Von der Ecke da geht es auch nicht. Aber von der nächsten vielleicht. Dass es da mal runter springt. Oder muss das echt so schön kreiswärmig aussehen. Wir werden es nach den Gegnern erfahren. Der First Kick. Der tut weh. Das ist das, was uns auf eins runterschlägt. Jetzt darf ich mich wieder heilen. Na toll. Wenn mich was ärgert, dann ist der First Kick. Das ist immer noch lustig. Er macht jetzt seinen letzten Kick und dann legt er sich hin. Sieht amüsant aus. So kann ich jetzt schon wieder nicht meinen Controller benutzen. Warum verliert er hin und wieder den Kontakt? Ich verstehe das nicht. Sag mal, du müsstest doch auch ohne Kabel gehen. Genau. Dann nervt er mich nämlich auch nicht. So. Ohne Kabel läuft er stabiler wie mit Kabel. Das ist schon seltsam. Ja, sie springt da runter. Prima. Also wir kommen zumindest in dieses eine da. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob wir da schon mal jetzt waren oder nicht. Das könnten jetzt wieder die Ruinen sein. Ja, das sieht auch stark nach den Ruinen aus. Da ist eine Kiste. Also war ich hier noch nicht. Oder die Kiste ist wieder frisch. Wer weiß. Na, mal schauen. Nein, nein. Lass Juna gehen. Gut. Jetzt habe ich natürlich vergessen, sie zu heilen. Mal gucken, ob sie es noch schafft. Mega Potion. Da haben die anderen auch was davon. Wenn er nochmal den blöden Kick macht, dann... Okay, da ist schon die Mega Potion. Das ging schnell diesmal. Wirbel Kick. Buh. Ich finde das trollig. Was für ein Abgang. So. Also, was haben wir denn da Feines? Fünfmal Eta. Okay. Och, die Gegner nerven langsam. Mann. Viel so oft. Das nervt. Jo, was will sie tun? Yeah! Schlafkanade. Das Zeug benutzt man doch eh niemals. Niemals. Och, eigentlich hättest du jetzt darüber springen sollen. Brav. Also, es sieht auch immer... Dieses Labyrinth von Bevel sieht ja auch immer gleich aus, ne? Das ist echt schwer zu sagen, ob man jetzt in dem Gang schon mal war oder nicht. Ich meine, später, wenn wir da reinkommen, dann wird das sowieso alles, ähm... Ich glaube, random. Da kann man sich sowieso nicht drauf verlassen. Oh, oh, oh. Ich... Ich spiele schon wieder hier gefährlich. Ähm... Es ist auch schön, wenn man eine Karte vom Gebiet hat. Es ist echt zum Feiern. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Also dieses große, böse Labyrinth von Bewell, das gibt es doch erst in Kapitel 5, nicht wahr? Dass wir da jetzt aus dem Sinn irgendwie reingeraten sind und jetzt vielleicht noch eine halbe Ewigkeit dort drin verwalten. Jetzt hat sich Payne hingelegt, das habe ich verdient, weil ich immer so knapp rumspielen muss. Das werde ich jetzt mal wieder ordentlich machen hier. So, komm, haben wir die High Potions mal. Okay, reicht. Gut, ähm, ja, was zum Henker? Wo soll ich überhaupt hin? Was kann ich hier machen? Ich habe null Ahnung. Kann ich da drüber springen? Ne, ist es irgendwie zu weit weg? Doch, drauf springen willst du? Ach doch, da willst du drauf springen. Okay. Okay, ich habe mir ein Treppchen gebaut. Scheint aber so, als würde es hier weitergehen. Deswegen gehen wir mal in die andere Richtung. Hier ist nämlich vielleicht nur ein kleiner Gang mit Kiste. Oh, vielleicht auch nicht. Auch hier ist alles so kryptisch. Oh, das ist eine Gondel. Eine Gondel ist natürlich, äh, ein Teil, das mich... Achso, nur auf die andere Seite befördert. Okay. Dann machen wir das doch gerne. Wo bin ich? Ach, da unten! Mensch! Jetzt muss ich erst mal gucken. Hä? So, da unten. Und da ist auch eine Kiste. Kostümpalette Unterdrücker. Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat... Äh, gucken wir uns später an die Palette. Der Unterdrücker. Okay. Klingt so nach einer Debuff-Sache. Also, ich weiß nicht. Entweder ist es einfach, ähm, ungewollt gekonnt. Oder Schicksal, dass wir hier die Bonis die ganze Zeit abgriffeln. Könnte ja durchaus sein, dass das Ganze auch schon im letzten Kapitel möglich war. Und wir das einfach irgendwie übersehen haben. Aber wenn das hier ein Bonusgebiet ist, dann, ähm... Ach, egal. Ich warte mal ab. Eventuell müssen wir dann nochmal zurück zur großen Haupthalle und das nochmal ein bisschen an den Plattformen drehen. Damit wir wieder in das andere Loch reinkommen. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich da erst wieder drauf anscheinend. Das hat sich geresettet, frecherweise. Aber es kann auch sein, dass das ein altes Gebiet ist mit geresetteten Kisten. Und ich hab's nur vergessen. Wieso komm ich jetzt nicht... Äh, das reicht wohl noch nicht. Sonst springt sie immer bei so einem Abgrund, ne? Und jetzt stellt sie sich an. So. Wunderschönes Treppchen. Nur für Juna. Ui. Mal schauen. Wir werden es ja bald merken, ob wir hier Gippel treffen oder nicht. Okay. Ihr müsstet mich jetzt mal sehen. Ich hab ein riesengroßes Fragezeichen in der Stimme auf dem Kopf. Entweder hab ich das einfach alles vergessen. Oder wir waren hier noch nie. Das ist äußerst interessant. Ähm, ich frag mich gerade, kann ich auf die Plattform draufspringen? Nee, ne? Mir nehme ich jetzt gerade noch voll nicht bekannt vor, dieses Maschinenchen hier. Da, hier könnte ich garantiert dranspringen. Aber ich gucke mal, ob da hinten noch was für mich ist. Ja, da ist noch eine Kiste. Und da hinten ist eventuell auch noch was. Na, ey, erst hol ich mir mal die Kiste. Hier scheint es auch keine Gegner zu geben. Das ist echt mal angenehm. Phönixfeder, sechsmal, ne? Die geilen sind nicht hier mit den Items. Also immer gleich fünf, sechsmal das Zeug. Warum auch nicht? So, was ist jetzt da hinten? Ist das vielleicht der andere Eingang? Den ich damals, äh, genommen habe? Oder ist das was ganz anderes? Ich weiß nicht. Ja, die werden mich definitiv irgendwo hinführen. Die Frage ist nur, wohin? Ich werde mal nachfragen. Leider reden die nicht mit mir. Die bringen mich einfach an einen Ort. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber es gibt eine Kiste. Also heule ich mal nicht rum, ne? Allheilmittel. Oh Gott. Wo jetzt hin? Da geht es nicht weiter. Jetzt habe ich wieder Unsinn gemacht. Zum nächsten... Ja, da muss ich jetzt mal warten. Ich brauche Orientierung. Oh, jetzt kommen natürlich auch wieder Gegner. Das ist nicht gut. Nicht gut für meine Orientierung. Gar nicht gut. Vor allem eigentlich wollte ich mal speichern. Und auch mal was anderes machen. Wenn das so weitergeht, dann muss ich meinen Gast verschieben. Wenn ich das hier ein Stück weiterspielen muss. Ich kann hier jetzt nicht aufhören, hier mitten im Labyrinth. Ah! Wo springt sie denn hin? Äh, ah. Okay, gut. Nein! Weegner! Okay, dann können wir jetzt mal den anderen benutzen. Jetzt kommt er wieder mit seinem blöden Fast Kick, ey. Ah ne, Wirbelkick. Wunderbar. Der trifft ja nie. Habe ich das Gefühl. Vielleicht nur kleinstufige Charaktere. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal da lang. Gucken, was passiert und wo wir genau rauskommen. Ah ja, von der anderen Seite. Ja, das macht natürlich Sinn. Okay, dann haben wir zumindest hier jetzt alles. Was ist, wenn ich da drauf klettere? Dann. Achso, ja. Mache ich wieder mein Superbrückchen. Das Superbrückchen! Ich habe die Befürchtung, dass es hier weitergeht. Und dann werde ich gleich rausgeportet, wenn ich Gittel getroffen habe. Aber dieser eine Maschinengang, da wollte ich auch mal hoch. Ach, wenn ich es doch nur besser wüsste. Na gut, wir testen es einfach mal. Das kann ja noch was werden, den Bewell hier. Gut. Wieder die nächste Maschine gekillt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da rankommen. Jawohl. Da ist zumindest ein Speicher... Ah! Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Da unten ist die Kiste, die ich mir damals nicht geholt habe, die aber so wichtig sein soll. Ähm. Was sind denn jetzt die Dinger? Sind beide nicht mehr da? Ich will mir jetzt noch die Maschine angucken, der Vollständigkeit halt. Dann müssten wir es ja langsam aber sicher haben. Aber dann gab es in der Haupthalle noch einen anderen Weg, meine ich. Aber. Dieser andere Weg. Vielleicht war ich da. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich steige da nicht mehr durch, wo ich war und wo nicht. So, das sind da jetzt die Schiffchen. Ja, das sind die Schiffchen. Würde ich gerne wieder zurückfahren. So, außerdem bringt mich dann der Mittlere hin. Das ist auch noch nicht geklärt. Aber na gut. Ich weiß zumindest, dass ich so halbwegs auf dem richtigen Weg bin. Jetzt wollte ich hier nochmal gucken an der einen Stelle, wo mich die Maschine eventuell hinbringen könnte. Ist natürlich auch eventuell eine Frage, auf welche ich anspringe. Obwohl, die sehen alle ziemlich gleich aus. Kann ich da echt nicht drüber jetzt? Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre so eine Möglichkeit hier, weil der auch so offen ist, aber vielleicht nur ein bestimmtes. Darf ich da jetzt... darf ich eventuell... nein. Okay, wir warten mal ab. Zum Beispiel hier auf die Plattform. Ich finde ja auch natürlich die ganze Zeit kreis, ne. Also, schade. Aber da komme ich nicht drauf. Irgendwie klappt das nicht. Habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt mit der Maschine. Ne, sie will nicht. Wenn ich die Taste drücke, nö. Okay, einmal noch. Vielleicht geht es ja noch nicht. Vielleicht habe ich einfach keinen Grund, hier rum zu steigen. Na gut, schade. Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Vielleicht muss man die auch irgendwie erst zum Halten bringen oder so. Dass mir da was funktioniert, damit ich da drauf gehen kann. Aber ich wusste nicht, wo wir hier was halten könnten. Keine Ahnung. Ne, okay. Also... Habe ich mir anders vorgestellt. Aber meinetwegen. Ich sollte ja eigentlich froh drum sein. Das, ähm... Grenzt weitere Möglichkeiten aus. Das ist eigentlich was Gutes, nicht wahr? So. Jetzt, äh... Gucken wir nochmal den Mittleren an, wo der mich hinführt. Der, der mich überhaupt wohin führt. Der will anscheinend gar nicht. Wenn ich an den Schall dann drücke... Ey, ist voll der Faker. Der will nicht. Na gut, dann gehe ich halt wieder runter. Na gut, dann, äh... Ja, dann auf zur Gippe. Ach nee, jetzt muss ich das wieder bauen, ne? Dass der sich das nie merken kann. Auf den anderen muss ich jetzt bestimmt aus irgendeinem Grund auch. Na gut, na gut. So, Pain sieht wieder nicht so gut aus. Ich probiere es gleich mit unserer Make-Up-Potion. Aber ich glaube, Pain wird gleich angeschossen. Und das zielt er auf sie. Aber egal. Da ist schon unsere Potion. So. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir uns die Kiste schnappen können, wo das das letzte Mal nicht geklappt hat. Ah, stopp. Ich wollte ja da hin. So. Genau, das ist wahrscheinlich wichtig, damit es überhaupt losfahren kann. Und hops. Okay, ich werde mal speichern. Und dann gucken wir uns das ganz genau an. Diesmal werde ich die Kiste nicht liegen lassen. Ausgerechnet in der Kiste sollte ja was Gutes drin sein. So. Nein! Nein! Och, Juna. Wo soll's denn da unten hin? Aber wie ging das jetzt nochmal, ne? Das Problem hatten wir ja schon mal. Wenn das jetzt nicht auf Anhieb klappt, werde ich wieder die Monster ausschalten. Damit ich mich hier in Ruhe umgucken kann. Aber naja, wir leveln ja ganz brav. Ich mein, jetzt bald schon die 50er Grenze erreicht. Das lässt sich zeigen. So, wartet mal. Ich will, dass du da links rüber springst, Mädel. Tut sie nicht. Tut sie nicht. Na gut, und wenn ich keinen Kreis drücke, dann springt sie eh nicht. Hm... Was ist denn da unten? Ich kann da unten... Och, Mann! Zieh mal schon mal an diesen Ort. An dieser Kiste. Jetzt komme ich nicht ran. Vielleicht muss ich noch irgendeine Plattform wieder betätigen. Um weiter ein Brückchen zu bauen oder so. Irgendwas muss da doch gehen. So, lass mich mal gucken. Nee, also, hinspringen geht nicht. Weiter da hinten hin. Ist da nicht eventuell eine Plattform? Nee. Wissen nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Will da hin! Vielleicht kommt da hinten erst die Plattform, aber dann... Wartet mal. Ich hab... Ah, jetzt... Wartet mal. Wenn ich jetzt eventuell... Nee. Also, runter in die Suppe will sie nicht. Muss doch irgendwie gehen. Spring da rüber! Mensch! Stell dich nicht an! Nee, klappt nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Ich hab das damals ja bestimmt auch probiert, da hinzuspringen, aber... Funktioniert nicht. Was sollte ich sonst machen? Vielleicht gibt's hier irgendwo noch eine versteckte Plattform. Vielleicht hier nicht in unmittelbarer Nähe. Sondern... Sonstwo. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt halt auch Angst, wenn ich weiterlaufe, dass dann der olle Gippel kommt. Und dass der mich rausportet. Finde ich äußerst unschön. Moment mal. Nochmal da. Nee, sie klettert auch automatisch hoch. Keine Chance. Na ja. Mal abwarten. Oh yeah! Ihr werdet mir bestimmt in den Kommentaren schreiben. Und da muss ich wohl nochmal da hin. Was will man anderes machen? Ich befürchte, dass jetzt eine Szene mit Gippel kommt. Weil an der Stelle haben wir damals gegen Balalai gekämpft. Und dann war das das Kapitelende. Und diesmal passiert anscheinend wieder was. Aber bitte porte mich nicht raus. Hey. Du bist late. Wenn du auf Zeit bist, dann würde ich wirklich anfangen. Und dann würde ich mich nicht überraschieren. Heh. So viel für mich zu sein. Sure, du solltest du hier sein? Die Youth League und Neu-Yeven sind nicht ohne dich, um sie zusammenzuhalten. Du wirst zu viel. Du hast es von uns. So, warum sind wir hier? Es ist etwas, was ich zu sein muss. Vegnagun ist weg. Hör auf dich. Vegnagun ist weg. Sie versuchen uns zu erzählen, dass das Ding auf sich selbst ist, Yevon ist nicht zu blame? Das ist die Wahrheit. Das Ding ist mehr sensitiv, als seine Größe, die einen zu glauben. Es bewegt die Hostilität, und in einem Moment kommt es zu Leben. Wenn man ihn sogar denkt, dass er es schrecklich ist, wird es wunderviert. Ha! Du hast deine Arbeit gemacht. Ich hatte zwei Jahre. Wundervolle. Wundervolle. Du bist also, dass Vegnagun wundervt, weil jemand es versucht zu zerstören? Wer? Wer? Wer, stimmt. Ich bin ein bisschen verraten. Du bist für dich selbst zu claimern, nicht? Nichts? Aber Vegna wurde erwischt. Warum? Weil, tief in der Mitte, du liefst es. Du kam hier, um es zu benutzen? Oder zu zerstören? Well? Both. Du wahrscheinlich denkst, dass das unmöglich ist. Du hast immer zu nahe, um zu sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass du das verstehst. Dann hoffe ich, dass du mir nicht glaubst. Ich glaubte dir mal. Als wir in der Krimson-Squad trainieren, dachte ich, dass ich nie einen besseren Freund hätte. Aber du hast das gegründet, zwei Jahre später. Bärelei! Warum hast du gesucht? Warum hast du gesucht Gippel und mich? Wir waren Freunde! Und du hast uns in der Mitte! Answer mich! Just calm down. Nuge, apologize already! Das ist genug! Don't push me. Wenn das ist, was es braucht. Wenn das ist, was es braucht. Wenn das ist, was es braucht. Ja. Ich habe dich gesucht. Ich habe dich gesucht. Du bist und Pain. Du hast auch Pain gesucht? Warum? Ich habe dich gesucht. Ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn gemacht. Er war zu schwer, um mich zu retten. Nuge? Ich habe ihn gemacht. Ich habe dich nicht mehr als ein Challenge gegeben. Nicht jetzt. Ich habe ihn mit dir gesucht. 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 Du hast zwei Jahre alt. Es war das gleiche mit dir, Nuge. Du hast deine eigene Morte. Jetzt kannst du es. Warte! Stop! Hey! Get out of here! Mann, 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 Mann. Ist das spannend, Leute. Also... Er hat so eine leichte Gänsehaut gehabt. Also, das muss man kurz mal sacken lassen. Die großen Oberhäupter. Nuge, Balei und Gippel. Ein Treffen, das seinesgleichen sucht. Diese Offenbarungen. Anscheinend war Nuge besessen. Warum sonst hätte er auf seine Freunde schießen sollen? Er war immer noch besessen. Denn das Ding, was auch immer da drin ist, hat quasi den Wirt gewechselt. Und Payne war damals auch dabei, bei dieser Purpupply gerade vor zwei Jahren, wo sich anscheinend viel Tragisches gespielt hat. Und tragischer geht es jetzt das nächste Mal bestimmt auch weiter. Ja, es tut mir leid. Ultraspannend gerade. Ja, aber der nächste Part voll, keine Frage. Bis denne!